Wie heißt das? Äh... Ah... Chiat! Ne, Chiat rennt rein! Ja, das war ich am überlegen, aber ich wollte nicht zu lange stehen bleiben, weil das ist auch immer so verdächtig, weißt du? Äh, hättest du erstmal ins Gebäude irgendwie gehen müssen, oder so? Das wär lustig, wenn du wohlst in Chiat gezündet hättest. Die drei Leute hätten auf dich geschossen, denn... Ey, das wär echt perfekt, ne? Ja, aber perfekt. So, haben wir jetzt einen Freizeiter, oder? Ja, bei sechs sind glaub ich nur noch ein. War ein. Ich guck mal, ähm... Ich glaub, er wollte umstellen. Ach, das ist das Kakariko, ich dachte, das wär das andere, das, äh... Link to the Past ist immer... Das wär voll auf meinem Monitor besetzt. Das ist Kakariko, das ist auch nütz. Äh, es ist, es ist das, äh, Ocarina of Time Kakariko. Ich hab eigentlich viel erhofft, wir kriegen das, ähm... Das ist voll kacke, ey. Das ist ein Link to the Past Kakariko. Ja, mal, ey. Kakariko, ey. Das ist Link to the Past, find ich mal die Idee besser, das find ich irgendwie, keine Ahnung. Ich brauch mir Waffe. Ja, dann geh ich zum Waffenshop. Der gründet Eagle, stimmt. Ähm, wo ist der Waffenshop? Ey, wie komm ich jetzt da hoch? Bin ich jetzt da reingekommen, ich bin jetzt komisch jetzt... Erstmal... Ich bin Detekt. Warum so? Hallo Bluebird, hallo Bluebird. Ich werd jetzt so lange reden. Willst du mich töten? Hey, Dev Wart, genau. Hey, Dev Wart, genau. Das ist so ne Make, oder? Oh, ja. Will ich keine Waffe. Der Glt hat... Der Glt hat... Hallo, André. Hallo Dennis. Wer hat denn da... Der seht hat keine Waffe. Hier Dennis. Ähh, der seht hier. Oh, okay, ja. Das ist gut. Oh, das ist schon ne Diegelt? Ach so. Na gut. Aber hier liegt auch einer. Hier ist so eine MP7 oder so. Ich hab Angst vor dir. War hier nicht noch grad Mike? Ja, ich hab geschaut, ob ihr aus der Stadt rauskommt. Musik im Hintergrund ist was. Kann man hier aus der Stadt rauskommt? Nee, ich glaube nicht. Du kannst bis zu der Treppe gehen, wo es dann zur Hylia-Steppe geht und dann... Ja, oder? Sie haben es eigentlich auch ziemlich auf. Pew, pew, pew. Ich bin leicht angehittert, ich bin runtergefallen. Ach, hier, wow. Also hier ist der Waffenshop. Ja, man. Oh, ich ne wieder oben. Die funktioniert, der macht die 50. Haha, da ist ein Disco-Bolz dran. Lol, wo kommt denn dieser Stein her? Was für ein Stein? Alter, ich hab den Stein weggemacht. Ach, nee. Was? Äh. Was war das? Was für ein Stein denn? Da war so ein Stein. Der ist hier runter. Oh, ja, ja, ja. Desat, komm mal mit. War das eine Traitor-Falle? War das eine Traitor-Falle? Nur Desat. Weit ich nicht. Geht's alle. Erst zuerst. Hebt direkt auf, mit E. Hebt die Waffe auf. Warte, 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 ich muss was wegwerfen. Das ist, ah, nee, das ist eine One-Shot-Waffe. Wo ist die? Die töte... Ich gar nicht mehr. Fuck. Warum musstest du was weg... Weil er was wegwerfen musste. Ich hab ihm die One-Shot-Waffe gegeben. Ach, du bist ein Arschloch. Hat er den einfach umgebracht, oder was? Ja. Das war richtig. Aber er war innocent, auch Christian. Ja! Aber wenn man... Tötet den Detektiven als Traitor! Der war als erst Traitor als Traitor. Der war als erst Traitor als Traitor als Traitor. Wow! Sorry, Desat. Du hättest einfach nicht sagen müssen, dass du was abwerfen musst. Genau. Hier. André. Ach, ich auch. Jetzt zeig ich's. Dennis? Dennis ist noch da. Ja, ich lebe noch. Ich... Mann! Ich wollte dich haben. Hallo! Rene? Mike? Ja, ich bin noch da. Michael! Okay. Ach, da oben toht einer auf dem Wind, oder? Ja, das ist wahrscheinlich Rene. Das stimmt nicht. Denk ich mal schon, ja. Bin zufrieden? Kommt man auch hinter, ne? Ja. Wobei, da ist eine unsichtbare Wand, die einen ablockt. Da ist eine unsichtbare Wand, die dich ablockt. Nee, ist es nicht. Glaub' es doch. Wenn du da durchgehen kannst, bist du Traitor. Ne. Ach so, okay. Hallo, Dennis. Hallo, Dennis. Ja, okay, der ablockt dann, ja. Ja, Dennis, wenn du von hier jemanden wegsniperst, dann ist das doof. Ich dachte, die kommen hier nicht so. Ja, das macht nix, weil ich von hier niemanden wegsnipern werde. Ja, das sagst du jetzt. Aber wenn du hier guckst, ne? Hier aus dem Fenster kannst du richtig gut den da hinten treffen. Varini stand da gerade. André, André, André. Ich kenne die Scheiß wieder an. Ach, hallo, Mike. Was? Wo? Ach da, okay. Wo ist eigentlich die schöne Musik? Ja, das stimmt. Oh, 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 oh. Ach so, da war ich nicht so. Ah, ja, Granaten gibt's auch noch. Stimmt. Hast du nicht schon welche geworfen? Nein. Ich hab schon welche geworfen. Ist jetzt meine erste. Ach, der Friedhof ist auch. Guck mal, jetzt haben wir den Fenster. Mal gucken. Gibt's ja auch wieder Geister. Ne. Hä? Was für'n Ding? Weißbrot. Weißbrot! Ach, bloß das Ding geht auf. Ach, schade. Der Witz ist im Englischen viel besser. Echt? Ja. Hi Sunwolf. Ah, wo, wo? Ah, da bist du. Hi. Ghosts, Brett. Nein, Toast. Toast. Ach, Ghost, Toast. Ach so. Ja. Ach so, Ghost, Toast. Ich schick dir noch ne Disco hinterher. Ach so, da geht in Deutschland einfach nicht. Aufpassen, Disco. Äh, Mike, 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 Mike. Ja, hi. Ich bin hier. Ich hätt grad René umbringen können. Das ist dir schon klar, ne? Hallo Windmühle. Wow. Oh, Alter, oh. Ich hab das Gefühl. Oh mein Gott, ich hab Angst. Das ist ja voll das, äh, für die Eugene, ey. Wie, wie ein Steak oder was? Ich bin nicht so fachdick. Doch. Ich bin die Bloodshot Princess. Ey, schieß jemand. Ich glaub, da ist jemand gestorben gerade. Hier hat gerade bei Mene jemand geschossen. René? Mike? Ja, vielleicht war einfach André. Ich... Nein, ich war das nicht. Ich... Also, René ist tot. René ist tot. Ah, okay. Ich war angeschossen. Mike es ist, Mike es ist. Bleib hier, bleib hier. Ja, jetzt war ich schon raus, weil ich der einzige bei René war. Aber es ist alleine als Traitor scheiße. Aber jetzt sind wir ja zu simpt. Ja, aber es ist zu fünf halt einfach echt... Da ist ein, äh, ein Ace-Post. Achso. Es sind ja nicht zwei Traitor, sondern zwei Tag-Team. Das wär's jetzt echt. Nee, wenn du zwei Traitor wär's dann angenehmer, weil da kannst du ein bisschen absprechen. Aber... Ja, du kannst du bitte Traitor absprechen. Chris! Nee, ich hasse dich. Ja, tut mir leid! Ich weiß nicht, wie mal da sowas ging. Ich weiß nicht, wie mal da sowas ging. Oh, dann schreit. Weil sofort jeder wusste, wenn ich da reingehe, der ist tot. Aber jetzt mal... Aber jetzt mal ernst. Es gibt einen globalen Chat und es gibt einen Team-Chat. Nicht, dass du einen globalen Chat schreibst, dass hier die... Oh! Nein, das ist langweilig, finde ich, so abzusprechen. Warte, wo ist der Team-Chat? Wo ist der Team-Chat? Warte mal. Das ist jetzt der... Ich weiß nicht, äh... Oh, ich hab... Ich hab... Nee, ich hab... Ich hab... Ich hab die Kat-Waffe. Das ist global, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Das ist manchmal auch automatisch. U! U ist Team. Ah, U ist Team, okay. Die FCQ! Die FCQ! Die FCQ! Ich bin schon... Was ist? So, alle schreiben jetzt in Team-Chat. Okay. Und jeder, der nicht in Team-Chat schreibt, ist, äh... Traitor. Wie schreit man überhaupt? Ähm, mit U! Genau, den nickt er mir nämlich auch noch. Nein. Wer ist, äh... Detektiv? Äh... Du! Ich! Ich bin... Können die Traitor kurz sagen, ob sie zu zweit sind? Reicht auch, wenn einer sich freiwillig meldet. Nein. Ach. Oh, ich muss das mal wieder in die Steuerung reinkaufen. Der Toast, der... Der Toast, der... Ja, er hat gekauft! Warum bist du verletzt? Wo bist du runtergefallen? Ich bin, äh... Welchen Boden hast du kaputt gemacht? Nein, Wache. Was hast du für eine Waffe, Sunwolf? Ich hätte nur nicht gedacht, dass es klappt. Ja, komm, töt mich! Töt mich deshalb. Ich brauche meine Rache, Chris. Komm, nimm! Komm, nimm! Komm, nimm! Ich kann sich zeigen, komm, nimm! Ich kann sich zeigen, komm, nimm! Die müsste hier irgendwo liegen. Warte. Oh, cool. Was ist ein Disco... Äh... Das ist eine Granate, die dich rumschießt. Das ist die coolste Granate, die sich rumschießt. Das ist die coolste Granate, die sich in Kombination mit einer Flammgranate. René? Okay. Was eigentlich als Traitor an? Ja, Mann. Hallo. Okay, hallo André. Äh, bloß nur so ne Frage. Gibt's da einen Traitorfall, die ich theoretisch umbringen könnte? Den Raum kenn ich gar nicht. Ja, ich weiß. Gar nicht, André. Stell dich mal einfach auf die Türke. Gab sie? Gab solche Traitorfall nicht auf jeder Map? Ja, aber nicht... Ja, maaa! Ich weiß, dass hier welche gibt. Ich war die Runde davor Traitor, dass wir den Schleifern aufregeln. André, du machst mir Angst, ne? André, du machst mir Angst, ne? Ja, du ja auch. Nein, du machst mir Angst. Ich hab das gefragt, ob Manfred auf eine ist. Also ich weiß, dass das da eine ist. Ich hab Schüsse gehört. Hast du das? Ja, aber es lebt noch jeder, glaube ich. Ich lebe noch auf jeden Fall. Hat jemand umgebracht? Äh, Lennart? Da oben ist, nein, da oben. Ja. Ja, es lebt. Ja, es lebt alles. Oh nein, Lennart schnappt wieder, nein. Ah, von wegen. Ich versuch grad noch die fucking Game-Mechanik rauszufetten, wie man hier... Waffenwechselt und so weiter. Ich hab nicht gesagt, dass du Traitor bist. Was ist das? Ja, aber... Ich bleib jetzt bei Lennart. Wer folgt mir? Da ist jemand gestorben, links von mir? Was? Der ist gerade im Waffen-Shop? Der ist Detective. Oder jemand ist zumindest runtergefallen. Äh, Desert. Desert liebst du noch? Ich glaub, der Detective ist tot. Ich glaub, André ist es. Ich war nicht mit mir. Das leuchtet sogar. Okay, André ist mit mir leuchtet. Wie soll ich das sein? Hä? Ich hab nichts gemacht. Ich hab noch volle Munition in der Rifle. Guck noch, guck noch. Ich hab noch volle Munition. Okay. Mach ihn weg. Oh, das ist ein fucking Dux-Problem. Der ist nervig. Der ist nervig. Der ist nervig. Also da muss ich ihn in Schutz nehmen. Das war er schon vorher. Aber ich trau ihn trotzdem. Ich beobachte ihn. Äh, der Detective ist durchs Fallen gestorben. Ja. Ich habe das Gefühl. Ich hab aber das Gefühl. Lass mich in Ruhe. Lass dich sagen. Ey, wieso hab ich weniger Leben? Wodurch hab ich weniger Leben? Bist du runtergefallen? Nein, ich bin runtergefallen. Aber du hast ganze Zeit hört. Du hast ganze Zeit hört. Echt? Ja. Oh ja, hier sollte man nicht runtergefallen. Also nun sag ich. André war's von fast Anfang der Runde. Also Dessert war's nicht wegen Dessert. Und Lennart war bei mir halt. Der Smoke-Finn. Der Smoke-Finn. Ganz schön danke. Ja, das hat André mir vorhin auch gesagt. André, Kopfball! Nein! Nein! Ich will nicht Kopfball nehmen. Nee, ich wollte nicht Smoke-Finn gegen den Kopf schmeißen. Ja, was ein Arschloch. Also wie gesagt, bei mir in der Nähe ist Rene. Rene? Ist bei dir in der Nähe? Okay. Ja, aber das ist gerade im Eingriff von Kakariko gewesen. Bei mir sind doch alle weg. Ja, ich bin auch bei dir in der Nähe. Ich bin auch hier. Warum hast du nur eine Crowbar? Was soll das? Du bist selten mit der Crowbar. Moment, jetzt doch jeder. Oh, okay. Ops. Boah, André, komm. Ich hab Angst. André kommt. Was soll, ey? Oh mein Gott. Ich hab Angst. Jetzt ist... Okay, André und... Und Mike. Ich hab Angst zu weinen. Ich muss ehrlich sein. Ich bin hinter dir. Hi. Das ist René wieder. Das ist René. René könnte es natürlich auch sein, ne? Nee, ich bleib bei dir. Ja, aber wenn die Technik ist so frei gestorben, also theoretisch... René könnte es auch sein, wer ist hier? Also wer... Wer ist frei? Entweder Dennis geschu... Ich bin zum Teufel benutzt Leitern. Muss man da nicht eh drauf. Nee, du musst da wirklich... André, André, André. André, André. André, André. Wie soll ich das denn sein? Ja, wenn ich nichts mehr sage, dann weiß ich das okay. Achso, achso. Nee, sorry. Mach ich einfach. Ich hab Schüsse gehört und... Dennis ruft die ganze Zeit, André, André, André. Wacht, André, ich will dich umbringen. Autsch. Ja, okay. Ich hab's auch nicht geschafft. Die Leiter ist... Leitern. Leitern. Die Leiter in diesem Spiel ist... Wirklich... Ah. War das Schild? Nee, das Schild nicht. Ich hab immer noch... Ich hab immer noch keine Waffe mehr, weil ich mir die weggenommen hab. Granate. Ah, da liegt eine. Was ist das denn? Chris, lebst du noch? Ich hab deine Rifle eigentlich irgendwo neben die Treppe geworfen. Also so ist nicht... Aber hast du die weggeworfen? Ach, ich hab eine. Ich hab doch wieder eine. Er hat mir seine Waffe hingelegt und... Er erschossen. Weil ja... Man kann sich ja nie sicher sein, du. Ja? Ja, theoretisch hätte ich so mit der Side-in-Zöpeln. Hab ich dich denn jemals unnötig umgebracht? Ja. 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 Kann man sich die nehmen? Ja. Ui. Wer war's? Achso. Wer war's? Äh. 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 Warst du's? Dein Ernest! Warnst denn dieses Mal zwei Traitor? F***ing Ernest! Mann! Ich wollte... Ey, ihr wart gerade... Als ihr mich so verdächtigt habt, wart ihr gerade alle drei da oben da kamen. Dann kam ich und dann geht ihr alle auf einmal weg. Ich hab mich so geärgert. Äh. Und wer war's denn jetzt? Ey, mir hätte auch jemand sagen können, dass man beide halt herunterfallen kann. Äh. Genau, wir... Jetzt müssen alle sagen, wie... Lennart und ich. Ah, okay. Ah, verdammt! Die beiden, die ich zuerst... War's ja dieses Mal zwei Traitor? Ich hab's ja die ganze Zeit... Aber hat sich's recht in dem Moment? Ja. Hat sich's recht? Ha! Nein, ich hab ihn echt nicht geschraubt. Scheiße. Also, ne. Der Vergleiche lag in der Windmühle. Ich war an der falschen Zeit und falschen Ort. Aber du warst halt der Einzige, der links von mir war. Das war ja von der Schöne geworden. Ja, wirklich, ich war das echt nicht. Ich hab ein Standbild. Ich wünschte, ich wär's gewesen. Aber das hat jetzt fast dazu gebracht, dass wir andere beschuldigt hätten und ihn umgebracht hätten. Äh, fand ich richtig lustig, irgendwie. Ich fall so ruhig. Ich bin Detective. Ja, ich hab ein Stardis. Innocent. 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 Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. 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 Handrichter. Irgendwie hat mich heute angezündet. Was? Aber hast du nicht auch geschossen? Nein, ich hab nicht geschossen. Ich hab zweimal geschossen mit der Sniper. Ich wollte's. Jetzt hab ich geschossen. Er ist Traitor. Er schießt. Aber ich hab echt Angst, wo ich ehrlich sagen... Du bist du mad. Du standest echt ruhig neben mir. Und hast, glaub ich, auf meinen Kopf gezielt. Hab ich. Warum machst du sowas? Weil das Spaß macht. Weil das Spaß macht, okay. Warum hast du keine Waffen in der Hand, der Sack? Ich hab keine. Ja. Warte. Warum hast du keine Waffen in der Hand, der Sack? Ich hab das dir. Warum hast du keine Waffen in der Hand, der Sack? Ich hab keine. Ja. Was soll ich denn sonst da haben? Oh Mann, mach ich Leiter, Mann. Was? Was soll das denn? Was soll das denn? Das war nur ne, äh, Disco. Disco. Disco, oder? Wer sprintet denn da so? Mr. Flumflum. Ähm, wer ist es? René. Alter! Desert. Desert. René und Desert sind es, beide. Ja. Desert hab ich. Ich weiß nur jetzt grad nicht, wo seine Leiche hingeflogen ist. Ja, René ist es noch. Hat er dich nicht getötet? Ja, da hat er dich noch nicht geschossen. Hat er. Hat er. Er hat mich noch einmal getroffen, ganz kurz. Er hat aber nicht so eine starke Waffe anstanden. Wo ist er jetzt hin geflogen? Ich würde ihn ja identifizieren. Was ist mit dem Rest? Wer lebt noch alles? Äh, Andréa. Ja, natürlich, natürlich, äh, René muss noch leben. Wer, denn wahrscheinlich ist ein Trader davon jetzt gestorben? Warte, 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 warte. nein da liegt so geht so leichter und identifizieren identifiziert die andere leichte die das ich habe doch die ach so recht ja dann komm her du bist du denn jetzt ja das siehst du auf deinem scheiß radar hallo ja das siehst du auf dem radar du bist du es oder was nein hey du musst es ja sein du hast doch nicht ohne grund auf rené geschossen ich habe doch nicht auf rené geschossen ich hoffe den twitter geschossen bei der jemanden gekillt hat junge sich verarschen ja dann bleibt jetzt 40 sekunden da und bewegt sich nicht hallo hör auf zu schießen ja nee ja doch locker ja du wickst ja du wickst ja du wickst ja warum hat sich niemand gewundert es hat sich echt niemand für mich so gejuckt ich war die ganze zeit im twitter rum habe da geschild und ich frage mich so aber aber wenn er hat es am ende hat sich die ganze arbeit gemacht wollen wir einfach noch die leiche von der ich bin so schlecht ich krieg es einmal nicht in den shotgast töten hey kurze frage was ist noch mal die klasse für ein shop der cpc äh alt f4 alt f4 das ist ja okay der gegnt wird langsam alt nein das ist die beste tastenkombination ich schäme mich grad bisschen ich hab schon mal geschafft mit einer shotgun gegen ihn zu gewinnen wo ist das ist das die zwei shotter ne old but gold was ist das wofür schämst du dich ich hab nicht mal mit einer shotgun ihn töten können egal ich auch nicht ein aber den uns verbunden ich habe immer in uns immer wieder zu tun ich bin schon die ganze zeit ist aber nicht mit dem ich möchte mal wieder in der egal sei ich kein detektiv für das mehr als in der stelle aber was ist der detektiv so schlimm ich meine ich wurde so brutal gebrauchter vor allem weil ich bin so schlecht wir leben kann mich nicht an so funktioniert das jetzt nicht mehr mit dem shop Oh, Munition. Wer schießt denn da? Ich hab versucht wieder die Dinger da abzuschießen. Die Bälle. Wer ist Detective? Ich bin Detective. Tag. Das war Detective, ja genau. Stört es dich, wenn ich hier für in Ordnung soll? Hi. Angst zu machen. Wer sagt für in Ordnung wo? Im Shop. Hey. Wie geht man langsam den Leiter runter, ohne zu sterben? Nein, gar nicht. Das ist schwierig. Ich mag sie auch. Ah doch, man kann daran. Los, dann. André hat die Wetterfall aktiviert. Wer war da? Wer war da? Wer war da? Wer war da? Wer ist das? André hat die Wetterfall aktiviert. Andere. Andere Mann, genau. Das ist ein Batman-Theme. Das ist ein Batman-Theme. Ja, Mann. Das ist ein Batman-Theme. Wer lebt denn noch? Der eine, Inno, soll alle töten außer mich. Ja, weil zwei sind tot. Ist der Detektiv noch tot? Wer ist der Detektiv noch tot? Wer ist der Detektiv schon tot? Also, also ist er tot. Nein. Wer ist denn Detektiv? Dich? Der Chris. Ach du, wo bist du denn? Ich hab Angst vor, 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 wie heißt es? Irgendwer war erst weg. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Und Eier. Mike könnt ihr töten. Mike ist Traitor. Was? Okay. Wer ist Mike? Sunwolf. Ich hab jetzt. Achso. Das macht mir doch noch einfacher. Das ist noch einfacher. Was hab ich bitte getan? Hm. Ich frag mich, wer als letztes noch bei uns war. Ja. Ja. Weil andere in meinem Namen brüllen. Ja. Ja. Weil ich hab, ich hab einen Stein aus sich zukommen. Sehner bin weg. Okay. Einer ist noch tot. Der letzte Dino darf beide töten. Darf alle anderen Lebenden töten. Aber die trauen sich hier nicht hoch. Hahaha. Bitte. Wer lebt denn noch alles? Hey. Ich bin tot. Bin auch noch am Leben. Einer von euch ist. Beide. Zwei von euch sind Traitor auf jeden Fall. Einer von euch. Also zwei. Also irgendwie. Ne. Zwei. 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 Ich hab deshalb das ganze Spiel nicht gesehen. und habt ihr eigentlich auch ein radar ja ich glaube ich muss nach der runde erst mal ziemlich aufs klo das finde ich dringlich ja es sind sind ja nur maximal zwei minuten ja ja okay nur noch später leben okay ja ich weiß ich gucke aber zu immer mit tab auf wer noch lebt und wer nicht mehr lebt ich auch ja aber ich habe ich habe ich habe diese sniper die früher nie mochte ich habe ich ja schon zwei headshots mitmachen kann der stand ja so gemütlich rum und hat geschaut und ich habe umgebracht er schlimme ist ich habe das gefühl dass lennart snipe hat was bedeutet ich kann nicht raus aber ich habe keine punkte dafür bekommen dass er umgebracht hat wie viel zeit haben wir noch ja das war ja echt dumm von dir dass du dich da die ganze zeit raus bewegt das war ja das geschossen von lennart ja wirklich ich hatte ein paar lags aber ich habe trotzdem das hirnbekommen nicht verbrechen weil ich weiß ich habe gesagt man kann Mike töten aber irgendwie hat es niemand gejuckt dass ich das gesagt ich wollte Mike töten aber ich war direkt getötet von lennart ich habe mich die ganze zeit weggehalten habe mir drauf geschaut wo alle sind bevor ich raus bin aus dem gang habe dann rené da unten gesehen an der windmühle habe ich umgebracht dann warst du nur noch alleine ja ich hatte gerade so schön mit diggels auf den kopf von dem toaster gehabt ja da wollte ich gerade abdrücken und da war ich tot ja das war nämlich dann ich habe ich dann auch gemerkt da kommt der sofort aus wie vor den spass dir doch komm schon schon aber ich habe es gut gespielt weil ich habe den check gehalten habe mir den trader gesagt okay wenn christ mich zum abschluss freigebt dann halte ich mich halt versteckt guckt mit meinem radar wo ihr seid und habe ich jetzt nicht mitsprechen dann dahin verkrümelt ich vertraue deshalb er hat keine waffe hier nehmen der hat mich angelogen dann nehme ich den wieder fände ich nicht nett du meinst doch mal dass jeder spaß sind alle hier zusammen haben spaß wir müssen doch nicht immer töten André nimm mal André sag mal bitte irgendwie was du bist mal zu ruhig Prozent ich bin die tippe bei mir täglich die er ist es schon wieder die tippe ja ich habe das Gefühl dass André Trader ist vorhanden wenn die tippe an mehr als er hatte ich habe vorhin schütze gehört bin hochgegangen und um immer sagen wie der Magnetistik funktioniert äh damit kann ich es geht es geht ach rechtsklick macht ganz links wer soll ich damit töten Prozent der der als nächstes zu uns stößt Okay. Ach Mann. Ich bin gut angeschossen. Ich glaube René ist es. Ich glaube nicht. Wer ist René? Ich wurde gerade angeschossen. Kommt wieder rein! Kommt wieder rein! Ah, aber es ist angeschossen. Ich wurde auf mich geschossen und René hat uns jetzt gesehen. Ja, auf dich wurde geschossen. Ich hab's gesehen. Ich hab ihn eliminiert. Warte. Confirm. Komm schon. Mach hinne. Traitor. Nein, nicht Traitor zu mir. Detective bitte zu mir zum Eingang. Keine Ahnung. Ich hab ihn nicht hören. René ist es. Wer ist denn René? Was er jetzt? Fuck. Wo ist meine Waffe? Da ist meine Waffe. Christian, ich komm zu deinen Unterstützer. Wenn du noch lebst. Ich lebe noch. Das ist gut. Wer lebt denn noch alles? Dian! 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 Hä? Hä? Nein Chris, lass mich vor, lass mich vor. Wo ist er? Warte mal. Unten. Hä? Ah, das bist du. Nein! Och, ich bin so dumm. Haha. Super. Können sich einmal kurz durchmelden. Eventuell. Falls noch wer im Leben sein sollte. Okay, dann töte ich jeden, wen ich sehe. Das ging schnell. Das ging schnell. Das ging schnell. Merkt man, wenn ich am Mikro außen einschalte? Nein. Gut. Ja, 21 Punkte. Yeah. Weil ich brille einfach so laut rum, weil ich Dennis mich erschießt. Ähm. Der Detective tötet mich gleich bitte direkt in der nächsten Runde, weil damit du nicht zu irgendwelchen Dicks kommst. Ich bin eben kurz Afghaner. Kann ich mir das? Oder er lasst mich leben, keine Ahnung. Wir lassen dich einfach leben und gucken, was passiert. Äh, ist doch nur Pissen oder nicht? auch wenn ich mit dem mir muss. Also jetzt pretend, wo ich irgendwas darfатив ist. Ich weiß aber unten, dass enfim, sagten mir nicht ja nichtいく. Also genau zu verhalten.